Der gesunde Verstand sagt uns, dass die Dinge der Erde nur sehr wenig Realität besitzen, und dass es Wirklichkeit einzig in den Träumen gibt. Um das natürliche wie das künstliche Glück zu verdauen, braucht es zunächst einmal den Mut, es hinunterzuschlagen. Und wenn, wenn, an den Städten von einem Palace, oder auf der grünen Graschen von einem Dich, in der mournvollen solide von deinem Room, du wachst wieder wieder, drunkenness already diminishing und gone, ask the wind, the wave, the star, the bird, the clock, everything that is flying, everything that is singing, everything that is speaking, ask what time it is, and wind, the wave, the star, the bird, the clock will not see you. Ihr seid nun wohl versehen für eine lange, ganz besondere Reise. Die Dampfpfeife ist ertönt, die Segel sind gerichtet, und vor den gewöhnlichen Reisenden habt Ihr den sonderbaren Vorzug nicht zu wissen, Wohin Ihr fahrt? Ihr habt es gewollt. Es lebe das Verhältnis. Die Dampfpfeife ist ertönt, die Segel sind gerichtet, und beklaget. Die Dampfpfeife ist es gut, und die Dampfpfeife ist es gut. Die Dampfpfeife ist gut, und die Dampfpfeife ist gut. Die Dampfpfeife ist gut, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020